Der Kaspar hat mal wieder eine Sturmansage, beziehungsweise Niederschläge. Es wird sich in erster Linie um Niederschläge handeln, von denen ich leider ja nun nicht sagen kann, ob Spanien oder Italien im Schnee versinken, Süddeutschland im Regen ersäuft oder in Norddeutschland Hagel runterkommt. Ich kann euch nur sagen, das, was ihr hier seht, ist eine meteorologische Bombe, die sie gerade wieder zusammenbasteln. Und die kommt irgendwo runter, als was auch immer. Damit habe ich meine Vorhersage getätigt und seht ihr, das wird sich keiner ankicken können, wenn denn interessiert es keinen. Aber ich kann hinterher sagen, ich habe es euch doch gesagt, wusste ich vorher, das ist eigentlich in diesem Falle eins der Sinn und Ziel dieser Übung. Tschüss. Ja, und viel Spaß dann. Also für Deutschland haben sie ja schlecht im Wetter angesagt, aber eigentlich auch nicht außergewöhnlich schlecht. Nur normal schlecht. Tut mir furchtbar leid für euch, aber wir werden ja hier auch nicht verschont. Also macht euch keine Sorgen, hier kommt auch satt runter. Und Licht gibt's kem's. Also hier ist mit in der Sonne liegen und warme Füße am Strand, könnt ihr alles vergessen. Ist hier nicht. Mein Ofen brennt. Okay, dann erstmal schönen Tag noch. Bumm, Peace und Tschüss. Bumm, Peace und Tschüss.